Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis die andere Person startdrückt. Das wäre echt nice. Das wäre sehr nice. Okay. Mal schauen. Oh oh. Okay. Wir sind auf der Goldwind Farm. Oh Gott. Ich habe überhaupt keinen Plan. Wer? Oh na, ist klasse. Ich bin in der komischen Gralle drin, oder wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier muss doch irgendwo. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich muss es schaffen. Oh mein Gott. Ganz genau aufpassen. Ich will überleben. Ich will überleben. Und zwar mit allen Leuten hier drin. Aber wieso bin ich deren Augenmerk oder sein Augenmerk? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Killer männlich oder weiblich ist. Also, die erste Person männlich oder weiblich ist. Okay. Wo? Ich bin da hinten. Hä? Ah, da hinten. Na super. Ich bekomme Hilfe. Das ist sehr, sehr... Nice. Oh, was bist denn du für ein Loser? Mach die Scheiße fertig. So, komm, den kriegen wir fertig. Okay. Guck ich, kann ich, weiß ich nicht. Fricke ich die gerettet? Okay, zwei. Okay. Oh, oh. Okay. Das da war. Okay, scheiße. Oh mein Gott, ich hab wieder Glück gehabt. Los, Leute. Ich will überleben. Okay. Oh mein Gott. Alles nur, weil ich in eine andere Richtung geguckt habe. Oh mein Gott. Ich hab nicht aufgepasst. Dummheit. Oh nee. Nicht schon wieder. Wo ist denn da ein Haken? Ich will die retten. Ah. Oh, die hat eine... Hat... Die an einen anderen Haken gehängt. Okay. Das ist die Schwester. Die Krankenschwester. Kann das sein? Wo ist die? Hm. Oh, scheißegal. Ich muss die andere retten. Irgendwie. Ich mit meinem Scheiß-Helfer-Syndrom. Ernsthaft? Wo gammelt denn die rum? Wo? Kämmt die oder was? Oh, scheiße. Die kämmt. Fuck. Aber wo? Ich seh die gar nicht. Oh mein Gott. Komm. Nein. Scheiße. Zu spät. Zu spät. Oh, fuck. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Oh Mann, ey. Ernst? Hm. Es muss doch da noch einen blöden Generator geben, den ich machen kann. Der ist schon gemacht. Oh Mann. Ich renne und beeile mich jetzt mit den Generatoren. Das hat keinen Wert. Wir müssen irgendwie fertig werden. Komm. Irgendwie müssen wir fertig werden. Oh, rettet die andere bitte. Oh Gott. Okay, sie wird gerettet. Ist der fertig? Nee, der ist nicht fertig. Oh mein Gott. Komm schon. Oh mein Gott. Ja! Ich will überleben. Komm. Jawohl. Ich heile dich. Ich bin ja nicht so. Okay. Scheiße. Ich hab dich im Auge. Oh nein, 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 nein. Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Oh mein Gott. Bitte. Ich will das schaffen, Mann. Oh mein Gott. Komm, das müssen wir irgendwie irgendwie hinkriegen. Oh mein Gott, das war knapp. Jenny, konzentrier dich. Konzentrieren. Ich guck mal, da muss er noch irgendwo in der Nähe, äh, auf der anderen Seite im Generator sein. Oh Gott. Wer hat sich furchtbar an? Oh mein Gott, was? Nein. Okay. Oh. Oh. Oh nein. Instant tot. Nein. Nein. Scheibenkleister, wo läuft denn die rum? Schau mal, hat die einen Perk? Sieht die mich? Okay, nee. Oh, das ist, kann ich das töten, kaputt machen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Okay, hoffentlich sieht es mich nicht. Ah, schnell. Ich muss weg. Ciao. Ciao mit V. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh super. Oh man, schlechst die sich von hinten an und ich erschrecke hardcore. Okay. 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 Okay, es bleibt uns nur eins. Wir müssen irgendwie zusammenhalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich weiß es nicht, wie wir da rumkrabbeln und schleichen und hast du nicht gesehen. Ich riskiere gerade nichts, ey. Ehrlich. Ich bin ja da. Ich bin da. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Scheißegal, ich mach das jetzt. Oh mein Gott. Diese Anspannung. Oh mein Gott. Helf mir doch mal. Du verrückte Truller. Oh mein Gott. Diese Anspannung lässt mich echt schweigen. Das ist echt heftig, ey. Helf doch mit. Wenn du überleben willst. Oh. Mein. Gott. Scheiße. Oh ja, 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 bitte, bitte, bitte. Oh yeah, 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 ja. Wir überleben das. Ja. Welche Richtung? Wo ist denn hin? Ja, komm. Komm, komm, komm. Wo ist denn der Ausgang jetzt? Scheiße. Ich hab keinen Plan. Sag mal, bin ich jetzt doof? Hä? Der muss doch da irgendwo sein. Mal da. Ähm, ja, klasse. Okay. Scheiße. Scheiße. Nein, 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 nein. La, 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 la. Komm. Mhm. Mhm. Nein, lass die in Ruhe. Mhm. Komm schon, komm schon, komm schon. Rette dich, rette dich. Rettet dich. Lalalala, weg. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Untertitelung. BR 2018